siehst du dir selbst gebt wie er jetzt läuft aber die klinik geht sich die als hier sonst 15 beleidigungen reinhauen okay 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 er gehabt hier hatten die karten auf der weide sechst ein blüümelein ein kleines blöbelein so ein typisches Leon Winseite 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 Winseite, geile Map Winseite, Winseite Winseite, Winseite, Winseite Okay, lass das mal wenigstens etwas Lustiges Video hat es schon geliked So Hallo und herzlich willkommen ich bin Schniedel Sepski. Du bist Leon Öler Seid? Das heißt da kam mir jetzt keine Dings rein. Nein, ja Schniedel Sepski und ich bin auch Schniedel Sepski. Okay. Nur mal so eine Frage, Sepski Schniedel TV oder Schniedel Sepski TV? Einfach nur Schniedel Sepski. Okay. Oder einfach nur Schniedel. War so klar. Marvin reicht dann auch jetzt wieder? Danke. Ich war nur der Erste. Wer war der Zweite? Ich nicht. Ich hab keinen Kaffee getrunken deswegen kann ich nicht rübsen. Ja, wer kennt's nicht, Digga. Kaffee mit so einer Kohlensäure ballert unnormal. Das Kaffee ballert. Wo gehen wir hin? Ich bin so ein richtiger Chai Miwadi. Kennt ihr dem sein Diätplan? Der seufzt irgendwie 3 Red Bull am Tag. Wegen Diät. Ja, so läuft der auch. Deploying Utility. Ey, Phönix, du bist äh... ...Defense... Mitte ist keiner, oder? Deck mich, deck mich, deck mich, deck mich. Oh, chill, du hast genug Zeit im Leben. Drohne, 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 Drohne. Phönix, Drohne. Nein! Er kann in heilen, ich Idiot! Marcel, Drohne, schicken. Nein, ich bin tot. Sorry. Ich hab vergessen, dass ich Saint bin. Von Mitte kommen auch noch welche. Ich hab ihn gedauert, dann schieße ich auf den anderen drauf. Ey, Dix, wir müssen uns konzentrieren. Die mal hat mich gepusht. Der defused. Ja, das ist hopeless. Das mussten wir aber nur abcampen. Bomben neutralisiert. 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 Ja. Nicht genug Cash. Ich muss auf die Strauße gehen. Ja, ich muss auch. Weißt du, wenn ich jetzt... Stellung auf die Strauße zu haben, ne? Dann würde die Zahlmethode mein Arsch einfach stehen. GmbA? Ist das besser? Ja. Weißt du, weil dann würde die Zahlungsmethode wäre einfach, dass ich mich selbst verkaufe, Jungs. GmbA? Jaaaa. Friday then. Ich komm mit Marcel. Lääl. Lääl. Oh, der Hurensohn. Er hat mich. Fuck. Was mach ich denn? Sehr schön gedowned. Ich bin wieder down. Sei ruhig. Die kommen von der Seite. Hey, ja. Jungs von hinten. Jaaa. Okay. Ich hab eingedowned. Das Team im Stich gewassen. Oh, scheiße. No communication. At all. I have the bomb. Okay. Hm. Ich bin nochmal arm. Deploying utility. Ich bin hier unten lang und fliege links Ich bin hinter dir Ich bin hinter dir Die Jungs kommt auf Abländen, was ist mit euch? Ja, Zepo hat er die Bombe, hat er nicht gerallt Ich habe halt die anderen umgebracht Ja, aber du gehst auf den Plant, wir müssen safe spielen Die Runde war safe Schulz So, durch dann Boah, der roll dich Boah, der roll dich Wer ist denn das da? Ja, dass Barbie das so oft auf einmal kann Das müssen wir noch trainieren A oder B Er schiebt die Bombe Der wird Schicks Äh, was? It's Friday then Meint ihr, da läuft jetzt ein drittes Mal Ich jemanden in meine Mine, die ich da hinwerfe? Ne Jungs, es ist ganz böse, diesen Kampf hier grad zu holen Ich hab ihn gedowned Ah, fuck Zepo kannst du Make one Ah, Seite Hinten, hinten, hinten Bin tot Hinten, bei Zepo's Tod Ja, die ist jetzt da Ja, die ist jetzt da Aua Ohne und Dings hab ich hier festgesetzt Wait, das kann doch nicht sein wie Choke ist Ja, Leon, das war Jetzt ist Krieg Die Krabbelstunde Letzte, let's go Sauber Ja Let's go Jungs, was würdet ihr ohne mich machen? Der Leon Das ist eine gute Frage Max Waffe Und Zepo's Video wird gesperrt Für was? Geh mal Achso Geh mal Bier holen Oh Du bist hier wieder hässling Wenn wir schon dabei sind Jungs Lass mir jetzt wirklich auf B gehen Jungs Weil die denken jetzt, dass sie wieder A gehen Es reicht jetzt auch mal B sieht clear aus Dich dann brauche ich mir auch jemanden mit einer Bombe hier Ja Zepo 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 Geht's ne Bombe Ich cover hier hinten Gut, ich guck Mitte Steps Bei mir Ja hier hinten Ich habe einen gedauert Ich habe einen gedauert Ich habe einen Hier hinten noch einer Unten Ich habe einen gedauert Ich habe einen gedauert Starrg Okay Er klaut mein Kill Also Jungs ich hab so Equipment ne, beide Waffen maxed, beides 10.000er und ein 6.5er Upgrade. Ich nehm hier das mal mit. Eine Waffe voll und eine Mainwaffe voll. Nachdem ist E, wechseln ne? Ja. Wo gehen wir hin? A oder B? Lass B nochmal gehen. Ja, B. Glaubst du da hinten sagbar? Ich bleib da hinten, ja. Einer kommt. Einer ist da. Einer ist da. Fuck. Appen. Einer ist da. Ich hab grad getanzt früher. So. Let's go. Oh lol bei mir war nicht grad so ein, ist hier so ein Brunnen. Schiffteil. Ach nee. Langsam reicht's aber auch. Ich war nicht ich. Ja dann Felix. Ich war's auch nicht. Das war sattig. Ich war's nicht. Ja guck mal wieder schon lacht dabei. Ich hab einmal gelacht, ich bin ja voll ernst dabei. Ja nee. Ich war's nicht. Ach. Alter. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Eihihi. Ja mein Leon. Wem glaubst du mir das nicht? Ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich war das echt nicht. Das ist so bitterlich mit euch Jungs. Das wird die Rülps Folge. Die ekelhafte Rülps Folge. Okay. Sogar Gurdjula spielt mit. Oh ich hab ein paar Auszeichnungen heute. Sunday, Sunday, what? Es ist bei der Länen. Okay das reicht jetzt auch Jungs. Das muss nicht sein. Es ist einfach zu spät, als dass ich dieses richtig geile Schreien nachmachen kann. Ich weiß auf jeden Fall. Jungs was hat's eigentlich für eine fette F... Da oben steht Cockpit. Ha 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 ha. Boah Seko du bist so lustig. Er ist so fünf Jahre alt. Er ist so fünf Jahre alt Jungs. Ha 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 ha. Ne Spaß. Es hört nicht auf. Wir gehen ab zu A. Ja. Ich watch B. Ich gebe B. Ich sage Bescheid wenn die hier kommen. Geh du mit. Seppu passen uns nicht mit auf. Mach hinter dir. Ja. Aber hier noch. Auf dem Eck. Komm Richtung. Dürfen du nicht prima. Ich habe 1 HP. Zählen sie wird revived. Ich habe 1 HP. Das ist die Bälle nicht schade, Seppo. Einfach in die Camps kommen weil ich wirklich... Joach. Also ich warte die noch. Ja. Jungs. Ja. Nix. hey da kommt halt einfach noch einer die sind alle hinten bei uns pass auf das sind sie werden nicht überrennen mach ruhig was zu haben sie haben time der Guardiola nice try bro nice try ja nicht mal geld für die waffe ok bleibt stehen leon wobei warte mal ich sehe da hinten ein sehr überzeugendes argument mhm sieht nach aus hey jungs ich gehe mich vergraben ich schmeiß gleich mein kontrol rein lesers diesen on-spot wir haben uns gegenseitig gedau'nt eines dies hier gedau'nt bei mir er hat aufgehoben hier vorne wird aufgehoben beide hier auf dem ping sind wir beide hinten beim ping mach ruhig seppo, bleib zwischen hier hier, die Zeit ist für dich der eine flankt dich stell dich um das ist der letzte mach ruhig, mach ruhig mach ruhig du verteidigst seppo nein aus böse auf gar keinen fall da raus gehen du hast die optimale position wer muss was machen nein nein er ist auf A gelaufen auf B auf B oder ja fuck alles gut seppo schaffst du alles gut seppo schaffst du willst du keine primärwaffe mit innen du musst halt ne ich glaub du sitzt oben hinten also lauf mal links der hört mich hinterm haus chillen klatscher kick lauf da links hoch schnell links hoch da geradeaus links geradeaus run 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 jetzt rechts um die Ecke unten unten ja jacke was ne bitch ich hab natürlich nicht dran gedacht dass die plätze also ich finde Lenz hätte ein bisschen fetteren Arsch bekommen können bin ich ehrlich ich distanziere mich wieder aus ich auch stimmt wenns nach dir gehen würde hättest du noch nen Cut in der Augenbraue ich distanziere mich auch von dieser Ausnahme ach so lassen wir einfach mal so im Raum stehen Jungs was für Cut ab der Hilfe ihr redet gerade über Felix Schwester das wisst ihr ja ne die wir wollen aber dich runter ziehen und nicht Felix äh Scorch ist drauf auf dem Spot hast du Scorch daun? ne ich hab den anderen ich hab einen gedaunt diema zwei gedaunt oah let's go sorry Leon ich hab gestealt ich wusste ob du den bekommst ne ich wär tot gewesen ist cool immer drauf da so so Weste und der war ziemlich armselig warum hat das tschuldigung ja ich ne das ist zu wieder armselig selbstgehe das ist das ich muss mal schnell noch nen Kaffee machen später also ne warte es ist wieder also festival hw 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 wd lam eschen ruhen hw 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 da ist dann mein kitarren beim Brunnen oben er nimmt mich 섞 der Hund ich hoffe du verreckst du dummen mit wem wollen sie ein schönes wochenende verbringen mit ihrer frau bbb jungs ich spiel jetzt wie mehr secondary 7 also mehr munition gerne ein schönes wochenende mit meiner frau verbringen ich hätte überhaupt keine freundschaft wir haben die bombe leute ich mache hinten zu ehrlich keine keine jokes jetzt bei mir 1 ok er lebt wieder push 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 warte hat das hat ihm war wie gerade in den rücken geschossen maxi noch mal aus wir noch mal auswechseln ist der lust arbeiten macht krank arbeit macht frei was freiheit nach w macht in der mitte einer ja ok mach mit zwei leute mit ich hoffe du verreckst an aids noch einer noch einer kommt zu dir kommt zu dir close aber ich bin zu einem menschen ja nicht brennt die dummenschlampe pass auf die mp7 feuer nein sie hat mich fuck ja ne also das ist diese blöde feuerrufe ne sie hat mich so krank geholt hat einfach ins und da und ich kann ja die mp7 ist einfach op ich krieg gleich nen anfall warum gleich ist schluss gleich ich kann nicht mehr gleich sepo und wenn jetzt was mit laurin kommt ne löscht sich aus meiner freundesliste ist doch jetzt mit laurin kommen erst nach dem video lehren war es nach dem video ja es nach der auch nach dem video die sexuellen anspielungen ich geh mit phoenix hallo ich rede davon dass ich immer von dem einen typ gekillt werde achso lancer und scourge a oder lancer und scourge kommen a b ist keiner ok kommt auch von hinten keiner ja ne geht wechsle von hinten rum ne ne jungs ate das war mein finger im im geblick halte das jetzt nicht alleine aber hab eine gedownt auf und hat mich hier hinten scourge ist weg du mal zwei leute beim ping zwei leute beim ping nein we will not break aber jetzt musst du aber nicht da lang ja stimmt weil da ja der guardiola boah wird das spannend alter man ich hab allein so viele kills wie die ersten beiden von den zusammen und 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 vorhelfen aber die liegen bei dennoch okay ein typ ist revived nice also junge jäger ich stehe so dahinten auf b hinter der box face hitting mp7 und dann der dima hat halt ja keine er bleibt die scorch er ich bin so raus er steht da ich denke mir so fuck es ist drauf gehen weil er absolut den waffen vorteil hat er will eine granate werfen er stirbt weil ich seine granate zerschieße mit mp7 auf 300 meter jungs wie soll ich sagen meinem gelenk er mein finger halt das oberste gelenkt ja man nicht letzter wie kann es angehen dass das masai du spielst das ganze match nen heiler ne und ich bin mit einem reweif der erste bei den revibes im 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 Prostanzant.